Hallo ihr alle im Rackland, herzlich willkommen zur zweiten Folge von News of the Rack. Vielen Dank für eure Rückmeldungen und auch für eure Kritik. Einiges habe ich bereits umgesetzt, so wird es zukünftig tatsächlich eine Art Zeitung im entsprechenden Layout und im PDF-Format geben. Unterhalb des Videos werde ich alle erwähnten Module bzw. Entwickler verlinken und ich bemühe mich um eine einheitliche Bildgröße. Aber nun zu den Nachrichten. Neues von Entwicklern Geodesics hat in seinem Logo-Lehrmodul ein Easter Egg versteckt. Das O ist eigentlich ein Output, welcher mit einem VCO verbunden werden kann und dann das berühmte Filmmotiv von Unheimliche Begegnung der dritten Art spielt. Mit dem C kann die Geschwindigkeit der Wiedergabe geregelt werden. Entdeckt hat das Ganze Omri Cohen, der auch gleich ein Video dazu veröffentlicht hat. Meta Artwork von NISTI wurde zwar schon vor ein paar Wochen veröffentlicht, aber nun hat Warren Bird, nach dessen Master-Thesis Antonio Tuzzi dieses Modul gestaltet hat, dazu eine Beschreibung veröffentlicht. Neue Module Im Promptu hat Version 0.6.10 seiner Module veröffentlicht. Damit wurde bei den Phrase-Sequenzern und dem Gate-Sequenzer ein Advanced Gate-Mode eingeführt, der es ermöglicht, in einer Sequenz unterschiedliche Gates zu verwenden. Siehe dazu auch Omri Cones Video. Weitere Veränderungen an den Modulen könnt ihr unter dem unten angegebenen Facebook-Link nachlesen. Submarine Utilities hat einen Modulbrowser veröffentlicht, der ergänzend zum Rack-eigenen Modulbrowser verwendet werden kann. Er listet alle installierten Module auf und kann sowohl nach Entwickler-, Modultyp- und den aktuell ausgewählten Favoriten anzeigen. Er schließt sich auch nicht selbstständig und ermöglicht daher ein schnelleres Auswählen von Modulen. Er lässt sich auf die Breite von 1 verkleinern und verschiebt angrenzende Objekte für die Dauer seiner Vergrößerung. Ausführliche Informationen dazu findet ihr unter dem entsprechenden Link. Auch NISTI hat diese Woche wieder neue Module veröffentlicht und ist jetzt bei Version 0.6.21 angelangt. Es sind die Mischer Mix 4, Mix 8, Mix 16, der Wasserfall-Spektrograph, an NISTI Pleasures Grafer und Syndicate Banner. Eine Leerplatte mit dem Logo von Syndicate, welches per CV unterschiedlich animiert werden kann. Außerdem wurden einige der bestehenden Module überarbeitet. Mehr Details findet ihr unter dem entsprechenden Link. Bidu hat Version 0.6.13 seiner Module veröffentlicht. Einige Module wurden überarbeitet und neu ist Emil, ein PNG-Fileplayer. Ein in das Modul geladenes PNG-Bild wird gescannt und in Klang umgewandelt. Dabei können Lautstärke, Frequenzkurve und Abtastgeschwindigkeit geregelt werden. Je größer das Bild ist, desto mehr CPU braucht das Modul. Karate Snoopy ist jetzt auch im Plugin Manager bei Version 0.6.1 seines 2D-Grid-Sequenzers angelangt und diese kann auch ab sofort dort heruntergeladen werden. Geodesics hat eine Dark-Matter-Version seiner Module herausgebracht. Bis auf das Design sind diese jedoch identisch mit der Hellen-Version. Wettbewerbe In der neunten Woche des Very Cool Patch Contest ist das zu verwendende Modul Dexter von Valley. Bis Montag und Mitternacht können noch Beiträge eingereicht werden. Das Modul der letzten Woche war Lupolo 3 von Sonos Modular und der Gewinner war Nick Jewel. Jeden Dienstag beginnt eine neue Runde mit einem anderen Modul und es dürfen nur frei erhältliche Module eingesetzt werden. Herzlichen Glückwunsch dem Gewinner und viel Glück allen Teilnehmern! Bandic Root Bandic Root, der Erfinder des Very Cool Patch Contest fordert auf zur Video Tutorial Challenge No. 1. Die Teilnehmer sollen eine Patch-Idee von den Döpfer A100 Beispielen auswählen und diese in VCV Rack nachstellen. Bis zum 23. September ist dazu Zeit. Mehr Informationen findet ihr unter den entsprechenden Links. Videos Waves Unlimited Waves Unlimited hat diese Woche Was möchten da Knopf Folge 7 Oszillatoren Entwickler mit C bis L herausgebracht? Omricone Geodesics Modules Series Part 1 Brains ebenfalls von Omricone Impromptu Modulars Advanced Gate Modes und Raid Synthesis Modules Series No. 18 Plane Feedback Chaotic 2 Operator FM und von Andrew Mercer kam Tutorial XY Pad LFO Module by JW Modules for VCV Rack Sollte ich jemanden übersehen haben, tut es mir leid, Gebt mir bitte einen entsprechenden Hinweis. Das waren die News of the Rack für Woche 35. Und nicht vergessen, unter dem Video findet ihr die wichtigen Links. Eine neue Folge erscheint am 10. September. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und viele kreative Momente.